Es muss mein Lieblingswein aus Südfrankreich sein. So, Ullis neue Weine. Was machen wir hier? Wir verkaufen Wein. Wölchenwein? Ja. Aus Südfrankreich. Woher sonst? Denn da gibt es doch viele, viele Dinge zu entdecken. Viele Schätzchen warten da auf uns zum Entdecken. Und deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Wein zu vertreiben hier im deutschsprachigen Raum. Und das ausschließlich über das Internet. Kein Geschäft, kein Nichts. Internet ist unser Medium. Er dürfte an einem Hang stehen mit einer ausgesprochen guten Südwestlage. An einem Hügel mit der idealen Neigung. Richtig!